Okay, Leute, eine Frage bitte. Diese Frage muss mir bitte, gib mir eine Antwort. Wie kann sein, du vertraust dem deutschen Wetter so krass? Wie? Siehst du das Wetter? Heute, okay, Sonnenschein, so und so und so, aber nächste Woche ist wieder Sturm. Schnee, wir haben alle. Wie alle wissen, Deutschland, Wetter, optische Täuschung. Jeder weiß. Gerade, ich mache meine Spaziergang, ich sehe eine Frau, Minurock, hat nur so ein Unterhemding. Eine Mann hat T-Shirt, große Hose. Ich sage, ey, du denkst auch, wir haben Sommer, Sahara. 30 Grad, Sonnenschein. Leute, ich sage euch, diese Leute, da hast du Kurs angezogen, diese gleiche Leute ist morgen wieder krank. Siehst du mir? Siehst du? Ich habe meine Jacke, weil ich kann dem deutschen Wetter keine Chance geben, der mir krank zu machen. Ich habe keine Zeit. Aber für die erste, ich gebe meine Schokolade, die Eiscreme essen, weil keiner weiß die Garantie für diese Wetter in Deutschland. Ich muss ausnutzen.